. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fantastisch konnte man in den letzten Tagen beobachten, wenn man nach dem Eintunkeln in den Himmel geschaut hat. Auch dieses Jahr waren wieder die Weihnachtsmannen unterwegs und haben eine brandneue Spielwareprospekt von GOP verteilt. Was es alles gibt? Hey, super! Ich glaube es einfach nicht. Doch, doch, es ist tatsächlich so. Noch nie ist bei uns die Auswahl grösser, sind die Neuheiten schöner und die Spiele spannender gewesen. Und bei diesen günstigen Preisen heben auch das Grosse oder der Goethe regelrecht ab. Musik Träumen und Spielen kann man auch im nächsten Beitrag. Als Dank für Ihre Treue verabschieden wir uns mit einem Feuerwerk von Aktionen des alten Jahrtausend und laden Sie ein zu einem Millennium-Spiel mit unvergesslichen Preisen. In der nächsten Runde geht es weiter mit bekannten Marken wie Kellogg's Corn Flakes, Wonderbatterien, Lusardi Café und Rewatch Millennium-Uhr. Auf die glücklichen Gewinner warten neben der 300 Millennium Rewatch-Uhr auch Erlebnisreisen nach Wien mit zwei Übernachtungen im Cobbenen Mittelklasse-Hotel für zwei Personen mitsamt Eintrittskarten für das neue Musical Mozart. Offeriert werden die Reisen von Helvetik-Tours, einem Spezialist für preisgünstige Städtireisen. Schon jetzt viel Vergnügen! Immer ein Vergnügen, wenn auch auf eine andere Art, sind Armin Amrain seine Kochkünste. Was sehen wir heute, Armin? Passend zur Jahreszeit, ein vorwiehnachtliches Gepäck, ein Kugelhof mit trockneten Feigen und Datteln. Tönt wie immer vielversprechend. Bitte, Armin! Als erstes Datteln entkernen und grob hacken. Feigen in Würfel schneiden, ein wenig Raum- oder Orangensaft drüber träufeln und ziehen lassen. Jetzt anken mit Zucker, Honig und vier Eier schaumig rühren. Bachbouffer und eine Preise Salz mit Mehl mischen und zusammen mit fein gehackten Baumnüssen dazugeben. Buttermilch oder Vollmilch und die vorbereiteten Trockenfrüchte ebenfalls gut darunter mischen. Eine Kugelhopfform befetten und bemehlen, den Teig einfüllen und glatt streichen und im unteren Drittel des vorgeheizten Ofen ca. eine Stunde backen. Falls die Oberfläche zu dunkel wird, wie immer mit Alufolie abdecken. Nach dem Abkühlen den Kugelhopf stürzen und vor dem Servieren mit Baudenzucker bestäuben. Das Rezept finden Sie, wie immer, in der nächsten Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Wunderbar, sieht das wieder aus. Und bestimmt können Sie sich vorstellen, wie das duftet. Und damit kommen wir zum letzten Beitrag von heute, dem Hinweis auf ein paar besonders günstige Aktionen. Ein Beutel Erdnüsse aus Israel kostet 3,50. Und trocknete Steinpilze kommen Sie 4 Franken günstiger rüber. Mit der Co-Profit-Karte gibt es Lussardi Bohnenkaffee zum halben Preis. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Am nächsten Montag ist es wieder so weit, der Sami Klaus ist unterwegs. Es lohnt sich dann also, bis dann etwas aufzupassen. Danke, dass Sie auch heute Zeit hatten und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020